Dienstagabend, 18 Uhr, Ron ist hier und wir haben ganz viel für Sie vorbereitet. Eine ganze Bandbreite an Themen und was genau? Maximilian Wendel weiß es. Guten Abend auch von meiner Seite. Ja, in der Region wird diskutiert, genauso wie in ganz Deutschland, ist es sinnvoll, die Winterferien zu verlängern, um das Coronavirus einzudämmen. Wir werden das besprechen. Außerdem schauen wir auf den TV Hochdorf und den neuen Trainer und wir geben Deko-Tipps. Das alles heute bei Ron. Viel Spaß. Und auch heute starten wir mit einem Corona-Update, denn die Fallzahlen, die steigen weiterhin an, auch bei uns in der Region. Und bundesweit wird sich natürlich viel überlegt. Wie soll man entgegenwirken? Eine Maßnahme könnte sein, verlängerte Winterferien. Jasmin Bergmann. Längere Ferien. Das müsste eigentlich für Schüler wie Musik in den Ohren klingen. In diesem Jahr ist aber alles anders. Wegen des Coronavirus gab es schon zu viele Ausfallstunden. Trotzdem gibt es nun von Seiten der Union einen Vorschlag. Wir sollten darüber nachdenken, die Winterferien um zwei bis drei Wochen zu verlängern und im Sommer entsprechend zu kürzen. Das soll helfen, das Virus einzudämmen. Sollte der Vorschlag Gehör finden, müssten die Schüler nicht bei geöffnetem Fenster im Klassenraum sitzen. Bei den Eltern löst dieser Gedanke aber wenig Euphorie aus. Also ich glaube nicht, dass es für Corona irgendwas bringt, weil ja dann noch mehr Leute zur gleichen Zeit an einem Ort wären, also achten wir jetzt im Hinblick auf Skifahren oder so irgendwas. Ich stelle mir vor, dass es sehr schwer umsetzbar ist, die Ferien auf einmal zu verlängern oder zu verkürzen. Ich halte es für sehr wichtig, dass die Schulen offen bleiben, zur Not mit dicken Pulli und Schal und Lüften. Und wir Eltern können so lange Ferienzeiten, da wir ja arbeiten, in der Regel nicht abdecken. Es war sehr schwer für uns beim ersten Lockdown. Ja, mit diesen kritischen Gedanken sind sie nicht alleine. Das wäre auch für die Eltern, genauso wie für die Kinder, aber auch für die Kollegen nicht tragbar. Ich gehe auch nicht davon aus, dass wir die Sommerferien kürzen. Denn in den Sommerferien haben vielleicht manche Eltern schon Urlaub gebucht. Ich möchte dann gerne wissen, ob die Landesregierung den Urlaub, die Kosten der Eltern rückerstatten. Das ist etwas, was ein Politiker jetzt in die Landschaft getreten hat, ohne sich ernsthaft darüber Gedanken zu machen. Und ich wirklich ratlos stehe für so viel Verantwortungslosigkeit, mit der man diese Aussagen getroffen hat. Auch der Ministerpräsident Kretschmann sehe dadurch eher mehr Probleme als Lösungen. Sie müssen sehen, wenn Sie das wieder machen, lösen Sie wieder eine Welle von Betreuungsproblemen und anderem aus. Das werden wir einfach nicht angehen. Eine andere Lösung muss her. Ein rollierendes System zum Beispiel. Wenn man schon handeln muss, dann wäre das Spalten der Gruppe und damit das Gewähren von Abstand in der Schule. Eine Maßnahme, die differenziert ist, die den Bildungsbetrieb aufrechterhält, die nichts durcheinander bringt, immer Ferien verschieben und die dann auch immer passgenau zu der jeweiligen Situation eingelöst werden kann. Die Schulen seien bereits so gut aufgestellt, dass sie ein solches rollierendes System umsetzen könnten, meint Brand. Klingt so, als könnte der Vorschlag bei so viel Gegenwind also bald wieder vom Tisch sein. Der Inzidenzwert lag gestern bei 46,7. Heute haben wir versucht, mit der Stadt Mannheim zu sprechen. Jedoch stand uns keiner für eine öffentliche und offizielle Aussage zur Verfügung. Von der Stadt Mannheim geht es nach Worms. Da wurde aktuell für 8 Millionen Euro ein Parkhaus gebaut. Easy reingehen, easy rausfahren. Das war eigentlich sozusagen die Devise. Doch alles andere findet da aktuell statt. Anhalten, rückwärts fahren, neu rangieren. Viele Autofahrer müssen sogar aussteigen, um sich ein Ticket zu ziehen am Schrankenschalter. Viele sagen Konstruktionsfehler, andere sagen absolute Frechheit. Gibt es noch Hoffnung für das Pannenparkhaus von Worms? Sarina Aschmann und Olivia Kopius wissen mehr. Gar nicht so leicht, hier an den Automaten zu kommen. Unsere Reporterin muss mehrmals rangieren, um hier in Worms ins Parkhaus zu fahren. Da komme ich so jetzt schon mal nicht dran. Gott. Ob das bei der Ausfahrt besser klappt? Ja, hier scheint es besser zu funktionieren. Na, zumindest noch mit einem Kleinwagen. Rüsten wir eine Nummer auf. Sieht das schon ganz anders aus. Also ohne Aussteigen funktioniert das hier mit dem großen Auto in der Ausfahrt nicht. Man muss super viel rückwärts rangieren und kommt noch nicht mal in die Nähe des Automatens. Also das geht anders nicht. Und nein, das liegt nicht daran, dass unsere Reporterin eine Frau ist. Auch die Herren der Schöpfung haben hier ordentlich Probleme. Ich war noch nicht ausgekugelt, aber kurz davor. Bisschen blöd, aber Bewegung ist ja auch nicht schlecht. Es ist schon nassig. Also man muss immer aussteigen und so. Dabei ist das Parkhaus noch nagelneu. Erst seit August hat es geöffnet. Rund acht Millionen Euro von Steuergeldern sind dafür draufgegangen. Ich habe es ja jetzt auch selbst ausprobiert. In dieses Parkhaus rein und wieder rauszufahren ist tatsächlich mit ganz schönem Aufwand verbunden. Da ist einiges schief gelaufen. Was, das kläre ich jetzt mal. Der Baudezernent der Stadt Uwe Franz steht Rede und Antwort. Wir haben einen externen Verkehrsplaner beauftragt, der den Radius ausgemessen hat. Das sind die sogenannten Schleppkurven, die man benötigt, um dort anzufahren. Und aus Sicht des Verkehrsplaners ist dieser Radius ausreichend, um mit einem Pkw einzufahren. Trotzdem ist die Zufahrt sehr eng. Und wir haben auf der linken Seite extra eine Orientierungslinie angebracht, um dort die Zufahrt dann noch zu vereinfachen. Äh, bitte was? Der Radius der Schleppkurven stimmt nicht? Einfach gesagt, dieser Fußgängerüberweg ist den Autofahrern im Weg. Wir haben selbst festgestellt, dass diese Querungshilfe die Autofahrer beeinträchtigt, beim Radius entsprechend ausholen zu können. Deshalb prüfen wir derzeit, ob wir die Querungshilfe ganz wegnehmen können oder schmaler machen und dann mit der Linie kennzeichnen, wie die Einfahrt zu erfolgen hat. Im Vergleich zu den 8 Millionen Baukosten sind 5 bis 6 Millionen Euro für die Entfernung der Fußgängerinsel, ja, Pienaz. Solange heißt es dann eben, wer ins Parkhaus fahren will, muss kurz zu Fuß gehen. Gleich gehen wir zum Sport und zum TV-Hochdorf. Der Handball-Drittligist hat nämlich einen neuen Trainer und der soll die Mannschaft jetzt zu neuen Erfolgen auch führen und die Talente im Verein halten. Mehr dazu gleich bei Ron. Davor haben wir noch die Nachrichten des Tages und die haben zusammengestellt Kompakt, Sandra Pferdner und Jana Esken. Mit Lärm zu mehr Gehalt. Heute Morgen haben vor dem Mannheimer Schloss hunderte junge Menschen zu lauter Musik demonstriert. Die Mitglieder der Verdi-Jugend fordern 100 Euro mehr Gehalt und mehr Wertschätzung für alle Auszubildenden und dualen Studenten im öffentlichen Dienst. Während man noch während der Corona-Zeit uns applaudiert hat und geklatscht hat, die Helden im öffentlichen Dienst, die Heldinnen und Helden in der Krankenpflege, ist es heute nichts mehr wert. Heute heißt es jetzt von Seiten der Arbeitgeber, man solle doch froh sein, dass man doch hier jetzt irgendwie noch einen Job hat. Nach der Auftaktkundgebung am Schloss ging es für die Demonstranten in Richtung Innenstadt bis zum alten Messplatz. WERDI plant in den kommenden Wochen noch weitere Streikaktionen. Vom Hörsaal ins Theater. In diesem Semester können Studenten der Uni Heidelberg kostenlos das städtische Schauspielhaus besuchen. Dazu müssen sie nur einen Platz reservieren und ihren Studentenausweis vorzeigen. Das Ganze ist eine Kooperation des Theaters mit dem Studierendenrat der Uni. Heidelberg ist eine Stadt, wo die Stadt und die Universität eng zusammenliegen, eng vernetzt sind. Und gerade das Theater liegt eben auch noch mitten in der Stadt. Das heißt, da hat es einfach fast schon sich angeboten, dass man da wie einen großen Campus sehen kann. Der Studierendenrat zahlt aktuell 18.000 Euro aus Rücklagen ans Theater. Danach sollen die Studenten abstimmen, ob sie das Angebot durch eine leichte Erhöhung des Semesterbeitrags selbst finanzieren wollen. Autofreie Innenstadt. Dahingehend unternimmt Mannheim ab Ostern 2021 die ersten Schritte. In einem Versuch wollen Stadtverwaltung und Gemeinderat dazu den Durchgangsverkehr für mindestens drei Monate unterbinden. Betroffen sind dann die Fressgasse und die Kunststraße in Höhe von Q1 und Q2. Das Vorgehen haben die Stadt, Verkehrsverbünde und Vertreter des Handels beim Rundentisch-Masterplan Mobilität 2035 beschlossen. Am Donnerstag wird der Ausschuss für Umwelt und Technik darüber endgültig entscheiden. Wir werden sportlich und kommen zu Tim Stützle. Tim Stützle, so ist es richtig. Der wurde aktuell ausgebremst, hat sich nämlich am Arm verletzt und kann deswegen auch für sechs bis acht Wochen nicht teilnehmen am Adler Mannheim-Mannschaftstraining. Und morgen wird er dann auch noch von einem Spezialisten operiert. Wann es dann für den Ausnahmespieler nach Kanada geht, zu den Ottawa Senators. Das steht aktuell noch nicht fest. Und wir kommen vom Handball zum Fußball und zum SV Waldhof. Auch da wurde was für die Kaderplanung noch getan. Und der Kader wurde personell verstärkt mit dem Nachwuchsspieler Emanuel Leons Cuadio. Der wurde mit einem Profi-Vertrag ausgestattet. Außerdem verpflichteten die blau-schwarzen Mittelstürmer Gillian Jurcher. Der 23-Jährige war seit dem Sommer vereinslos. Zuletzt spielte er für den 1. FC Saarbrücken. In 97 Regionalliga-Partien gelangen. Dem Mittelstürmer dabei 30 Tore und 17 Torvorlagen. Mit Jurcher reagieren die Verantwortlichen auf die dünne Personaldecke und verschaffen Cheftrainer Patrick Löckner eine zusätzliche Option im Angriff neben Dominik Martinovic. Gillian Jurcher haben wir schon lange auf dem Zettel, weil wir ihn einfach auch in Saarbrücken dann immer gesehen haben, als wir noch in der Regionalliga gegen sie gespielt haben. Und da ist er einfach immer aufgefallen. Weil er ein Spieler ist mit unheimlicher Schnelligkeit und Tiefengang. Und insofern war es für mich eigentlich immer schon so ein Spieler, wo ich gesagt habe, den hätte ich eigentlich gerne in meinem Kader. Und deswegen hat es jetzt einfach gepasst. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir das. Und auch die Rhein-Neckar-Löwen tun was für ihre Kaderplanung und beheben ja sozusagen eine Baustelle. Auf die Verletzung von Michael Appelgren haben sie reagiert und haben Nikolas Katzingianis zum Aufgebot des Handball-Bundesligisten sozusagen heraufgesetzt. Der 38-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis Ende der Saison. Und jetzt kommen wir zu einem, der hat den TV-Hochdorf-Fest im Griff. Nämlich Björn Friedrich, der neue Handball-Trittligist-Trainer. Nachdem die Mannschaft in der vergangenen Saison ja eher auf dem Abstiegsplatz festgesetzt war, will er jetzt sozusagen die Wende bringen. Und wer ist dieser Heilsbringer? Larissa Hoffmann weiß mehr. Björn Friedrich in seinem Element. Mit viel Leidenschaft trainiert er seit dieser Saison die erste Mannschaft des TV-Hochdorf. Dabei verbrennt er an der Seitenlinie vermutlich genauso viele Kalorien wie seine Spieler auf dem Feld. Für ihn steht der Sport im Mittelpunkt und das schätzen auch die Spieler. Er motiviert einen immer vor jedem Spiel, hat gute Ansprachen in der Kabine und nimmt Rücksicht auf alle Sachen, die man hat. Also nicht nur handballerisch, sondern unterstützt auch einen privaten Leben. Auch schulisch, ausbildungsmäßig jetzt bei mir zum Beispiel. Und ich finde es einfach klasse, wie er mit uns umgeht. Und deswegen habe ich auch gesagt, ich bleibe hier. Es war nicht immer so, dass die jungen Talente dem TV-Hochdorf die Treue gehalten haben. Aber nicht nur die Spieler sprangen immer wieder ab. Auch auf dem Trainerposten gab es selten Kontinuität. Das soll sich jetzt ändern. Björn Friedrich ist der Hauptgrund, warum die Nachwuchsspieler geblieben sind. Noch in der vergangenen Saison trainierte er die A-Jugend des TV-H. In dieser Zeit baute er zu seinen Schützlingen ein besonderes Verhältnis auf. Ich kenne die Jungs, die jüngeren Jungs, jetzt seit ein oder zwei Jahren. Und da hat sich einfach eine gute Beziehung aufgebaut. Eine Trainer-Spieler-Lehrer-Schüler-Beziehung, irgendwie sowas, dass es einfach harmoniert. Ich weiß, was ich von den Jungs bekomme. Sie wissen aber auch, was sie mir geben müssen, dass es funktioniert. Und das ist phänomenal. Charakterzüge, die der Verein schätzt. Nach Trainern wie Benjamin Matschke von den neuen Ludwigshafen oder Steffen Gristmann setzt der TV-H erneut auf einen jungen Trainer mit Potenzial. Bock auf Handball, hat Bock auf eine junge Truppe, hat Bock auf dritte Liga. Jetzt sage ich schon oft genug Bock. Ist auf jeden Fall akribischer Trainer, will unbedingt hoch hinaus. Und alle ziehen mit, auch wenn sie den langjährigen Chef nicht immer verstehen. Charakterlich offen, aber trotzdem irgendwie ein bisschen verschlossen. Ein bisschen ein Geheimnis. Aber wenn wir in der Kabine sind, in der Halle, ist er einfach geil aufs Spiel. Und dann macht es einfach Spaß, ihm zuzuhören. Björn Friedrich und der TV-Hochdorf. Das scheint nach den ersten beiden Spielen zu passen. Ein Sieg sprang bislang heraus, aber auch abseits der Platte ist die Stimmung gut. Und da schätzen die Spieler vor allem eins. Dass man gut mit ihm feiern kann, ist Spaß. Dass er menschlich einfach perfekt passt zur Mannschaft. Dass wir gut auch persönlich mit ihm auskommen. Dass wir auch Respekt vor ihm haben auf dem Spielfeld. Dass er auch mal lauter werden kann und wir es ihm nicht böse nehmen. Am Sonntag spielt der TV-Hochdorf bei der HSG Krefeld Niederrhein. Die nächste Möglichkeit, einen Schritt in Richtung Klassenerhalt zu machen. Und jetzt ist er auch live vor Ort bei uns. Björn Friedrich, der Trainer vom TV-Hochdorf. Ja, wir haben es gerade gehört. Feiern können Sie gut. Aber jetzt wollen wir natürlich auch so ein bisschen auf die Ziele blicken der jetzigen Saison. Sie hat begonnen, zwei Spieltage gab es schon. Was sind die Ziele für die kommenden Monate? Ja, zunächst einmal wollen wir alles darum setzen, die Klasse zu halten. Wir wollen als Mannschaft eklig auftreten. Wir wollen der Gegner sein, gegen den man nicht spielen will. Weil man weiß, es wird schwer gegen uns. Jedes Tor muss erkämpft werden. Wenn wir das auf die Platte bringen, dann denke ich, dass wir auch unser Hauptziel in Klassenerhalt schaffen können. Jetzt ist es ein neuer Posten. Auch für Sie von der Jugend sozusagen hochgekommen. Dann auch wirklich in den Herrenbereich. Macht man sich da selbst so ein bisschen Druck? Oder bekommt man auch Druck von außerhalb? Druck nicht unbedingt von außerhalb. Mir wurde klar gesagt, dass es das Ziel des Vorstands des Vereins ist, die Dritte Liga zu halten. Auch unter dem Aspekt, dass wir mit den Eulen Ludwigshafen nächstes Jahr mit der Jugendabteilung von denen in Kooperation treten. Und dass da für dieses Nachwuchskonzept es sehr wichtig ist, wenn wir die Dritte Liga halten. Demzufolge macht man sich selber schon ein bisschen Druck. Es ist auch das Neue, mit Erwachsenen, nenne ich es mal, zu arbeiten. Obwohl die Mannschaft ja noch nicht so alt ist. Aber man muss sich ja direkt wieder neu beweisen. Man muss eine neue Beziehung mit den Spielern aufbauen. Man muss schauen, ob das funktioniert. Und das ist doch erst mal was sehr Interessantes und Spannendes, wo man sich Gedanken macht. In vielen Sportarten, zum Beispiel Hockey oder auch Basketball, ist es eine Riesenkluft zwischen Jugend- und auch Herrenbereich. Wie ist es beim TV Hochdorf, bei der Handballsparte? Ist da auch wirklich eine tiefe Kluft, ein großer Übergang von der Jugend zum Herrenbereich? Ja, definitiv. Also allein die Dynamik, die in der Dritten Liga viel, viel höher ist als in der A-Jugend-Bundesliga, auch die Dynamik, die allgemein im aktiven Handball größer ist. Es wird kämpferischer, es wird körperbetonter. Da müssen sich die jungen Jungs erst mal dran gewöhnen. Die brauchen die Zeit, um ihre Körper auf den aktiven Sport vorzubereiten. Und das ist eine große Aufgabe, die mir jetzt zukommt. Und Jugendarbeit ist ganz, ganz wichtig in jedem Verein. Wo müssen da vielleicht bei Ihnen auch noch so ein bisschen die Stellschrauben fester gezogen werden, um auch wirklich Talente im Verein halten zu können? Weil wir haben es ja gehört, in der Vergangenheit sind viele Talente immer weggegangen. Das ist auch, glaube ich, normal, auch in vielen Vereinen, vielen Sportarten. Was muss getan werden, um wirklich die Talente zu halten? Es muss den Talenten eine Perspektive aufgezeigt werden. Wir können Ihnen nicht versprechen, dass Sie direkt im ersten Jahr aktive Stammspieler der Dritten Liga sind oder in der Oberligamannschaft. Wir müssen Ihnen aber den Weg dahin zeigen, wie wir Sie dahin bringen wollen. Damit haben wir jetzt angefangen mit den ersten drei, vier Spielen des Jahres 2001 und auch aus dem Jahrgang 2002, die noch A-Jugend sind und jetzt schon bei mir integriert werden. Aber denen wollen wir diese Perspektive bieten. Also wir drücken die Daumen und begleiten Sie natürlich auch auf Ihrem Weg, vor allen Dingen aber auch auf dem Weg der Mannschaft. Bernd Friedrich, vielen Dank für Ihre Zeit, dass Sie da waren. Dankeschön. Alles Gute. So, jetzt gehen wir an den Rücken. Ich habe immer so ein bisschen Rückenprobleme. Bin auch schräg, bin schief, mir tut irgendwie alles weh. Das kommt vielleicht auch vom Hockeysport. Aber es gibt ja viele Online-Kurse. Sich zu Hause fit halten. Machen ganz, ganz viele. Muss man sich auch zu motivieren. Ist nicht immer ganz leicht. Und man kann auch vieles falsch machen. Es ist nicht so ganz ungefährlich, wirklich Online-Kurse zu machen. Und Alicia Beisel, unsere RON-Reporterin, hat genau diese Erfahrung gemacht, während sie sich zum Online-Kurs von Fitness-Influencerin Pamela Reis so ein bisschen abgerackert hat. Unsere Kollegin Alicia beim Orthopäden. Sie befürchtet einen Bandscheibenvorfall. Kann ein scheinbar harmloses Internet-Workout solche Folgen haben? Medizinisch heißt es eine Bandscheibendegeneration. Das heißt, die Bandscheibe hat einfach Wasser verloren. Geknackst hat es im Rücken bei dieser Übung. Die Hände sollen zu den Füßen gehen, das sogenannte Klappmesser. Und plötzlich merke ich, ich kann irgendwie nicht mehr stehen, nicht mehr liegen, gar nichts mehr. Und dass meine Beine anfangen zu kribbeln. Also es war wie so ein bisschen, wenn ein Bein anfängt, taub zu werden. Alicia hat mit Deutschlands erfolgreichster Fitness-Influencerin Pamela Reif trainiert. Die 24-Jährige hat über 6 Millionen Instagram-Follower. Ihre Videos laufen aber nahezu ausnahmslos nur mit Musik. Andere Fitnesstrainer wie Sascha Huber reden und kommentieren die Übungen viel mehr. Versucht nicht durchzuhängen, auch nicht zu hoch zu sein, sondern eine gerade Linie mit dem Körper zu bilden. So gibt's mehr Hilfestellungen als bei eben Pamela. Dazu sagte die einmal. Wenn jemand morgens um 8 Uhr schnell ein Workout anschaut, wird er nicht von einer motivierten Nudel vollgeschwafelt, sondern kann in Ruhe Sport treiben. Wir wollen jetzt selbst testen, wie gefährlich Internet-Workouts für durchschnittliche Sportler sind und haben Tanja Tischevic eingeladen. Die Ex-DSDS-Kandidatin hüpft für uns mal eben in ihren Sportriss. Ich bin jetzt nicht die fitte Fritte. Also ich bin jetzt nicht, dass ich jeden Tag irgendwie ins Fitnessstudio renne und Sport mache. Aber Sport ist mir schon wichtig, dass man sich fit hält. Tanja wird gleich Übungen von Pamela Reif, Caro Dauer und Sascha Huber mitmachen. Auch sie würde eher nur zur Musik Workouten. Der labert echt viel. Die ersten Übungen machen Tanja Spaß, aber das fehlende Feedback ist schon ein Problem. Ich bin ehrlich, ich weiß nicht, ob ich das richtig mache, oh Gott, oder ob ich das falsch mache. Wir holen den Fitness-Coach Javan Lennart dazu. Und tatsächlich, schon bei scheinbar einfachen Hocksprüngen gibt es etwas zu beachten. Rücken mehr gerade, wenn du unten kommst, mehr so, mehr so, mehr so, mehr so und dann Spray. Ah, okay. Wirklich gefährlich kann es dann bei Pamelas Klappmesser werden, wenn Tanja ins Hohlkreuz ginge, statt einen runden Rücken zu machen. Wenn du machst die Übung und du bringst dein Bein zu tief und du gehst ins Hohlkreuz, kannst du dich unter den Rücken schön verletzen. Kannst du auch einen Bahnscheibevorfall haben. Klar sind Übungen aus dem Internet umsonst und jederzeit verfügbar. Ein Personal Trainer Kossip kann aber vor falschen Bewegungen bewahren. Zurück zu Alicia. Dr. Flechtenmayer gibt Entwarnung. Sie hat nur eine Nervenreizung, keinen Bandscheibenvorfall. In Pamela Reifs Klappmesserübungen sieht der Arzt auch zu viel unnötige Bewegung. Denselben Effekt könne man ungefährlicher nur mit Haltekräften erzielen. Man wird die Patientin bitten, da mal hoch zu gehen und sagen, kommen Sie an und bleiben Sie mal 20 Sekunden. So, 20 Sekunden können ganz schön lang sein. Eins, zwei, zwei. Genau. Wir wollten Pamela Reif dazu befragen, aber sie stand für ein Interview nicht zur Verfügung. Aber bitte nicht falsch verstehen, überhaupt Übungen machen ist besser als keine Bewegung. Nur gehen Sie nicht jedes Tempo mit oder wer Vorschäden hat, sollte unbedingt vor dem Workout zu einem Arzt. Ja, viele fitte Fritten. Und nach der Pause haben wir noch Dekorationstipps für Sie. Bleiben Sie dran bei Ron. Herzlich willkommen zurück zu Ron. Ja, Herbstzeit ist ja für viele Dekorationszeit. Und wir kommen zu Trockenblumen. Die kenne ich eigentlich nur aus dem Wohnzimmer meiner Großmutter. Die hat da früher immer alles schön ausgeschmückt. Aber diese Trockenblumen, die sind wieder richtig trendy und modern. Und wie Sie Blumen richtig trocknen und welche schönen Deko-Ideen es gibt, wir zeigen sie Ihnen. Rosen, Statizen oder Nelken, diese Blumen sollen ein bisschen welken. Trockenblumen in allen Farben sind gerade total im Trend. Vor allem in sogenannten Flower-Loops oder als Kuppeldeko. Wir zeigen Ihnen gleich, wie Sie diese beiden Trends ganz einfach selber machen können. Erstmal müssen Sie die Blumen trocknen. Nicht alle Blumensorten eignen sich dafür. Und Sie müssen das richtige Blütenstadium erwischen. Blumen, die zwischen Knospe und Offen sind. Quasi in diesem Halbstadium kann man sehr vieles nehmen. Rosen, Pfingstrosen, sämtliche Kräuter, Schleierkraut, Rittersporen. Was definitiv nicht geht, sind zum Beispiel die ganzen Frühlingsblumen. Tulpen, Narzissen, Beeren gehen natürlich nicht, die fangen sofort zu faunen an. Denn die Blumen dürfen nicht zu viel Feuchtigkeit haben. Deshalb eignen sich zum Beispiel auch Gräser besonders gut zum Trocknen. Einfach Wunschblumen und Gräser zusammenbinden und ca. eine Woche kopfüber an einem trockenen Ort aufhängen. Für eine längere Haltbarkeit später noch mit Haarspray oder einem farbigen Akzentlack besprühen. Und dann kann losgebastelt werden. Für den trendigen Flower-Loop brauchen wir einen Reifen, Basteldraht, Messer und Schere und Trockenblumen nach Wahl. Wo kriege ich so einen Reifen her und was kostet der? Solche Reifen kosten ungefähr 3-4 Euro. Gibt es online auch zu kaufen. Als Alternative kann man sich natürlich einen beliebigen Draht einfach rund formen. Jetzt bringen wir den Basteldraht an. Schau mal, ich gebe dir einen Tipp. Schau, nimmst du mal so. Ja, gerne mal einen Tipp. So, dann nimmst du beide. Und dann machst du einfach nur so. Sehr easy. Super! Wir bereiten uns jetzt so kleine Trockenblumenbüscher vor. Du legst dir das einfach an, hier an die abgeknotete Drahtstelle von vorhin und einmal mit dem Draht rum. Das machen wir jetzt immer etwas versetzt der Reihe nach mit all unseren Trockenblumen, bis wir circa die Hälfte des Reifens bestückt haben. Wie du jetzt siehst, ist das Ende hier nicht unbedingt das schönste. Deshalb wickeln wir jetzt gegen. Also einmal in die andere Richtung, um den Drahtübergang ein wenig zu verstecken. An den Stellen, wo der Draht jetzt noch rausschaut, kleben wir einfach einen Blütenkopf drauf. Und fertig sind unsere trendigen Flower Loops. Die wir dann je nach Wunsch am losen Drahtende aufhängen können. Basteldauer dafür circa 15 bis 30 Minuten. Noch schneller geht sogar ein anderer Trockenblumenbasteltrend, den uns Anja auch noch zeigt. Das Glaskuppelgesteck geht natürlich auch mit etwas kleineren Kuppelmodellen. Die befüllen wir uns jetzt mit Steckmasse und bestecken die dann mit unseren tollen Trockenblumen. Die Steckmasse am besten am Boden der Kuppel festkleben und die Ecken anschrägen, damit nichts zur Seite absteht. Und trockenblumen nach gefallenen Trapieren, Glocke drüber und das war's. Wow. Schön. Und das Beste, dieser besondere Blumenschmuck ist sogar für Allergiker geeignet und bleibt circa ein bis zwei Jahre so ein schöner Blickfang. Herbstdeko passt zu Herbstwetter. Wie wird's? Hier die Auflösung. Morgen breitet sich aus Osten Regen aus. Im Odenwald bleibt es dabei den ganzen Tag rau und nass. Sonst wird der Regen nach Westen hin weniger. Die Sonne hat trotzdem kaum eine Chance. Nur in den südlichen Landesteilen sollte es auch für ein paar freundliche Abschnitte reichen. Wir starten kalt in den Mittwoch, teils auch mit leichtem Frost. Später erreichen wir im dauergrauen Odenwald nur 8 Grad. Mit etwas Sonne ist trotzdem schon bei 12 Grad Schluss. Der Donnerstag fällt überall ins Wasser. Es geht grau und nass weiter. Am Freitag lässt der Regen nach und die Wolkendecke lockert wenigstens ab und zu mal auf. Lichtblick ist der Samstag. Da sollte es trocken bleiben und die Sonne kommt für ein paar Stunden raus. Bei den kühlen Temperaturen gibt es leider kaum Änderung. So können wir nicht mehr als 11 Grad erwarten. Ja, herbstlich. Max Wendel hat noch eine schlechte Nachricht für uns. Genau, die zweite schlechte Nachricht für alle Fans der Adler Mannheim. Denn nach der Tim-Stützle-Verletzung fällt jetzt auch noch die Eishockey Champions League aus. Das heißt, die Spiele gegen Grenoble finden für die Adler nicht statt. Ja, das ist natürlich ein derber Rückschlag. Wir sagen Tschüss bis morgen, 18 Uhr. Nicht mit uns hier, aber mit einem anderen Team. Die sind auch super. Bis dahin machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Schönen Abend noch, bis dann.